Balul, du kannst ruhig von Zartort gucken gehen. Later, Balul! Letzte Runde! Bei zwölf Leuten müssen wir nächstes Mal, wenn wir spielen, die Tars minimal erhöhen. Aber es liegt auch einfach daran, dass mittlerweile alle Leute die Tars so ein bisschen auf dem Schirm haben. Man hätte es natürlich umgehen können, indem du halt Tabula Rasa gehst. Es kann ja auch sein, dass mal nur Crewmates sterben und keine Verbösen. Jetzt haben wir uns ja fast schon wieder gegenseitig rausgenommen. Ähm, ist einfach eine Einstellungssache gewesen, die nicht optimal war. Ist ja jetzt weniger schlimm. Haben heute mal ein bisschen die Crewmates gewonnen. Ist eigentlich auch mal ganz schön. Die Bösen hatten, ich glaube Dienstag haben viele Böse gewonnen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz okay. Manchmal läuft es so, manchmal läuft es so. Schön war es trotzdem heute. Heute sind nicht die besten Runden dabei für mich, aber wen juckt es? Ich glaube, es ist nicht die besten. mit einem minu hier das teil master funktioniert das da nicht so gut die legt tot in cargo in cargo oberes drittel aber oft früh tot heute ich dann bin ich von rechts nach links über gefahren und dann wieder von links ich bin her gefahren ich bin dann runter gegangen die gibt es mir gerade entgegen genau war vor zwölf sekunden bei lifelines etwa und da war noch keine toad obwohl ich also relativ dann kann ich da nur rausnehmen und items items kann auch in die dusche gewendet sein und dann rüber gelaufen sein der killer muss entweder julian gekommen sein record noch den gemacht befindet sich noch in cargo oder er also in den bereich records und dusche waren items wechseln kunden und halb 6 kunden dran ich kann da nur und einem moment das ausgüben ich glaube das war franzi ich auch nein ich warte da war sie lacht doch sie lacht wir haben wechs lange nicht rausgekommen wenn ihr nicht dann wäre das wirklich gemein wechs haben wir oft genug geht's gerotet dann julie sollen wir julie dann auch ich finde minos nacktschnecken skin etwas unheimlich ich wollte ihn auch nicht nehmen aber dass man jemand anders die schnäcke schnägt wird minos nacktschnecken raus ich glaube noch nicht alle jetzt zur letzten runde wäre ich ganz ruhig angemessen wenn daloo sowas callt ist er immer böse eigentlich der war auch schon den ganzen abend ich war eigentlich war ich den ganzen abend gut ich wurde immer nur zum sidekick geschossen ich habe mir gerade überlegt ob ich irgendeinen guten rätsel machen kann aber ich komme nächste mietung habe ich vielleicht wie soll ich ein fucker wer war das kippie war das wahrscheinlich kippie hat nämlich gefragt daloo was bist du was bist du sag mal was bist du jetzt das schwein du schwein ich dachte er ist schifter ich möchte hier kurz was anmerken ja ja vier schweine vier schweine haben mein rätsel hat sich gerade in luft aufgelöst und wie kann jetzt wurdest du erased ja oder geschifftet deswegen haben auch ein paar leute gefragt was bist du was bist du ja du ist jetzt wieder sidekick ne ich würde entweder erase aber ich glaube er geschifftet und ich könnte mir auch vorstellen von wem weil sehr energisch gefragt wurde was ich bin damit man die info rauskriegt ok was bist du denn gewesen was warst du denn ich war time master was war das rätsel ja musste ich mir nicht mehr überlegen nachdem crewmate über meinem namen schon als in der küche stand ja wieso kann man denn nur als time master ein rätsel machen ich wollte halt meine rolle nicht sagen aber jetzt ist ja wursch aber denkt an den guf hat daloo schon mal gemacht danach war er dann zeit ich wurde ich würde jetzt eher crewmate rätsel machen können toll ich glaube daloo das nicht weil der das nicht korn wird ok franzi franzi ist franzi hat mit mir geschifft und zwar als wir im cockpit aneinander beigelaufen sind nein 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 ich glaube es dir trotzdem nicht aber ich war es nicht pass auf in der runde habe ich relativ lange gechillt ja franzi ist mir durchgelaufen als wir im cockpit standen ja ja und dann habe ich relativ lange oben gechillt ja soll ich daloo bitte kicken ich würde jetzt eigentlich auch kurz das würde ich jetzt wirklich mal machen kurz dann kann ich im nächsten meeting noch mal reden ja was willst du machen wir wollten jetzt daloo erst ja blau ich krieg jetzt noch sein jester win das aber das ist eine passende jester win 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 ja die leute hatten mich auch auf den kick ja weil ich ich glaube in jeder runde böse war ich glaube, ich hatte heute keine Crewmate-Runde zu Ende gespielt ich war, glaube ich, durchweg böse gewesen, in jeder Runde, ich konnte nichts tun ich kann es ich kann es einfach sogar verstehen was soll ich auch tun und dann bitte kill mich Items, hast du es auch gesehen? Ich habe nicht gesehen, wer es gemacht hat aber ich weiß, dass es Juli nicht war Juli kam gerade mit mir von Lifeline in Electrical und dann kann ich Dalu für ausschließen lag Nephi also in Electrical rechts wie kam mir von Weapons ich war ein bisschen in Cargo und da war auch Gipi, habe ich gesehen ja, ich kam von oben reingelaufen Gipi ist auch mit mir zurück in Cargo gelaufen als ich reingelaufen bin ja, genau war ich danach von euch, wie lange der da schon liegt? ne ok war nicht bei Lifelines bin nur dran vorbeigelaufen also als ich bei Lifelines angekommen bin, war er tot aber das ist halt 4 Meter also kann es wieder sein, dass wir Eraser und Cleaner oder Bounty Hunter oder sowas haben also erstmal heute kam kein Warlock irgendwie zustande doch, wir hatten mal ein Vampir wir hatten auch mal ein Vampir aber es wird schon wieder gleich raus hinauslaufen dass wir gewinnen weil die Tars halt einfach pushen wir haben erst 3 Kills also das ist eh gleich durch ich bin's diesmal nicht ich bin's diesmal nicht ich bin's diesmal nicht bist du wieder der Babe-Kundan? nein, das auch nicht aber ich bin auch nicht böse dieses Mal ja, also nächstes Mal hätten wir die Tars aber wollen wir dann ein bisschen wollen wir das ein bisschen Pfeffer reinbringen und irgendwann wegsvoten? also momentan bin ich hier für Franzi die mir auch so offensichtlich, wie sie das spielt, dass sie Jester sein muss das ist Vamil das ist jetzt eher Arsene ich hab ihr ein absolut insanees Story erzählt die nur auf Fakten beruht und sie sagt, ich glaub nicht aber warum solltest du denn so offensiv wenn wir nur einen Toten haben ich sollte mir ein Rätsel überlegen und kam jetzt nicht mehr dazu du bist ein Fünfkommst, du bist der letzte Mensch der sagen würde, dass er erased wurde ich mach das ich weiß jetzt auch nicht oh Gott ja dann ist er nicht Jester dann können wir sie ja rausspannen ich habe Angst nicht für represen er hat sich wer Glück gehabt Damit kommst du nicht durch, er hat Save-Tester gedrückt. Ich muss sagen, ich muss Erase. Ach so, jetzt glaubst du mir meine Geschichte, jetzt wo der Gesser tot ist, ne, niemals. Du bist Eraser, wahrscheinlich. Ich wollte nur den Button drücken, um zu sagen, dass ich dir jetzt glaube. Ne, wir haben ein doppeltes Problem, wir haben kein Schlox mehr, oder? Ich bin ein Crewmate. Ja, du bist keiner von mir. Du hast mich Erased, jetzt weißt du, dass der Gesser tot ist. Und jetzt spielst du die Karle, dass du mir glaubst, ne, ne, ne. Vor allem der Knopf, nein, nein, nein. Nur du bist mir auf den ersten und entgegengekommen. Nein, nein, nein. Wie weißt du, dass sie jetzt gevotet wird? Ja, das war die letzte schon. Aber eines wird Jester gevotet haben auf sie. Safe in items Jester gevotet haben. Ja, nein, der hat sich vergessen. Egal ob gut oder böse, er wird Jester gevotet haben. Wie, wie, was mit Shed? Oh, nicht zu groß. Egal ob es jetzt geplayt und hat irgendjemand anders gevotet, um mir den Sieg zu schenken. Safe. Komm schon, Gibi push ein bisschen. Ein Imposter ist raus. Ein Imposter ist raus. Ein Imposter ist raus. Und ich kann nichts tun, ich kann nichts machen. Ich kann nicht killen. Ich kann nicht sabotieren. Ich muss halt wirklich zugucken gerade. Das ist ein bisschen Ärger. Ich bin ein bisschen hostage. Ähm, wenn jetzt Franzi raus ist, haben wir einen Imposter und einen Jakal. Ich hoffe, Gibi macht irgendwie... Ich hoffe, Gibi push. Ich hoffe auch, dass die beiden Bösen sich nicht treffen. Also... Ich hoffe jetzt nicht, dass der Imposter stirbt. Und ich hoffe auch nicht, dass der Jakal stirbt. Julie? Noch lebt Gibi? Komm schon. Oh nein. Ach, das ist Gringi. Mann. Ei, 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 ei. Du machst das natürlich noch schlechter. Oh, es sind aber zwei tot. Jetzt höre ich den Propellergeräusch, ey. Von wo? Eray. Hallo? Ach so, bist du beim Trash oben? Ja, ich bin grad unten, ey. Ach so. Drei Tote. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass noch zwei Böse drin sind, ist sehr, sehr hoch. Oh mein Gott, was? Sehr wenige mittlerweile. Ja, aber waren es 60 Sekunden oder 70? Ja, mindestens. Von was gehen wir gerade jetzt aus, dass Franzi gewesen ist? Keine Angst, Mann. Ich hab immer noch so was wie Arsonist oder so. Ich glaub, Franzi war's auf jeden Fall. Aber warum hat sie so hart reingetrollt? Weil sie Max raus haben wollte? Es haben zwei Leute nicht auf Franzi gewurtet, richtig? Ja. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass Franzi ein Imposter war, ist relativ hoch. Sie und ihr Maid haben nicht auf sie gewurtet. Nee, ich hab wen bei anderen gewurtet. Aber da kannst du ja immer noch der Maid sein. Nee, ich bin aber nicht im Maid. Warte, aber ist es jetzt Items gewesen? Ja. Hm, Items war Good Gesser, glaub ich. Hätte ich auch gedacht. Bad Gesser? Glaub ich nicht. Weil wenn Items Bad Gesser gewesen ist und Franzi der andere, dann haben wir jetzt noch Jackals drin. Ich glaub nicht, dass Items Bad Gesser gewesen ist. Items Bad Gesser und Franzi der andere macht auch keinen Sinn. Das wäre ja auch, dass die Reise begangen von Dalu und hätte Dalu getötet. Oder hätte er auf den Dings... Weißt du, was ich meine? Dalu wotest du nicht. Dalu wotest du niemals mit dem Gesser. Ja, aber warum sollte Dalu ein Knopf wählen? Also ich kann mir schon... Ich glaube, Items würde es machen. Genau wie er eigentlich bei nichts auf Franzi gewurtet hat als Jester. Er hat nicht auf Dalu gewurtet, weil er Crewmate war. Ich glaub, Franzi... Items war kein... War gut Gesser. Also ich hab Vex gesehen, der hat mir nichts getan. Ich hab Givi gesehen, der hat mir nichts getan. Ich hab Givi gesehen, der hat mir nichts getan. Givi hab ich gar nicht gesehen. Der Givi auch gar nicht gesehen. Ich hab keinen gesehen, die Runde. Ich glaub, ich hab aber auch niemanden von euch gesehen. Wir müssen aber wie ein Voten, sonst wird es zu eng. Wenn es noch zwei Imposter gibt. Ah, ich bin grad bei Task 8 von 12. Ich sag, es ist brutal. Dann kannst du schnell die Task machen, Vex. Genau. Okay, oder auch nicht. Bist du Jester, Vex? Wie kommen zwei Votes auf mich zustande? Ich hab nicht gevotet und die andere normaldeckende Person auch. Muss er ja. Vex ist so toxik. Das wird wieder ein Taskwin, leider. Ich würde aber mal... Mir ist jetzt egal, ob Givi gewinnt. Ich würde den Win nicht mit dazu nehmen. Aber aus... Givi war heute oft Jackal. Und, äh... Also, ich gönn's beiden. So, wenn Julie gewinnt, wär auch nice. Oh mein Gott! Wie? Moment, was? Kunrava Sheriff? Wo sind sie? Das ist ein 101 jetzt schon, ne? Ja, das ist ein cleanes 101. Und jetzt kann... Ich hoffe, Judy... Ja, Judy weiß halt nicht, dass sie tot sind, ne? Judy wird später drücken wahrscheinlich. Bin gespannt. Warte, wenn die jetzt reporten... Ja, reporten darf Givi nicht. Er weiß nicht. So reporten und sagen, yo, wir machen jetzt ein Duell, wär ne Möglichkeit. Oh! Oh! Ich hab dich bei mir getötet! Ihr habt euch gegenseitig gekillt! Was ist das denn? Aber wir haben... Was ist passiert? Hä? Wer hat jetzt... Ja, der... Ich glaub, Imposter gewinnt dabei immer, wenn alle tot sind, muss ja trotzdem der Böse gewonnen haben. Das ist wie Reaktor. Das ist wie wenn Reaktor Win wäre. Guck mal, ich hab uns gegenseitig quasi gekillt. Geil. Ich hab... Ich hab gesehen, dass Kunran... Divi getötet hat. Da hab ich direkt Kunran weggeschnitzelt. Echt? Kunran? Ja. Kunran war Sheriff. Und ich dachte, da oben kommt nur ein Böser hin. Gerade bei Licht aus. Ich bin von Gipi weggerannt. Oh, nein. GG, Juli. Also, offensichtlich hab ich nie kommentiert. GG, Juli. Da waren schöne Sachen gerade mit dabei in der Runde. Items. Ich dachte so leid, als du da gestorben bist. Es war mit Absicht, Juli. Was? Ich wusste, dass Divi theoretisch der Spy ist ab dem Moment, wo sie den gleichen Download gemacht hat wie ich. Und als du den Kill gemacht hast, während Divi mit mir links war, es gab keine Möglichkeit, dass Divi nicht der Spy ist für mich. Aber ich konnte Divi auch nicht einfach voten, weil ich den Gäste damit rausgebracht hatte. Der in Electric, den hab ich nicht gekillt. Das war ich. Dann war das der Jekyll. Aber es konnte auf jeden Fall Divi trotzdem nicht sein. Ich wollte nicht Divi voten, ich wollte nicht Dalu voten und Franzi war halt ein leichtes Opfer. Meine Story war einfach nur aufgelandert. Ja, natürlich war die gelogen. Nein, die war true. Ich war Time Master, wurde erased. Von mir? Ja, genau. Aber meine Geschichte über dich verschweigen. Aber das hab ich dir halt nicht geglaubt. Ich fand's geil, dass Dalu jemand anders verdächtigt hat. Der musste ich ja, weil Franzi hat da Mist gebaut. Aber mir ist ja auch egal, an Zeit-Kick wer rausliegt. Ich hab Mist gebaut. Ich hab gedacht, das machst du niemals. Wir hatten einen Kill und du würdest niemals scrollen, dass du Crew-Map bist. Ja, der Bad Guess hat mich ja auch nicht erwischt. Ich will ja auch sein. Ja, eben. Aber die Geschichte war ja trotzdem wahr. Ja, gut. Nice try. Gib mir.